und wieder mal herzlich willkommen bei jojo spielt minecraft so wir haben jetzt zwei fertig ich brauche nicht eigentlich brauchte zwei weil der wird auch auch sofort gemacht so ich brauchte jetzt so eine enderschaft den ok den kann ich mir bauen noch zwei ender perlen habe sonst habe ich auch die ich gucke erst mal nach eine ok nützt nichts dann müssen wir warten müssen wieder eine haben wir machen erstmal den hier fertig zack sind acht teile was jetzt los nach einem rettung fehlt haben wir doch da haben wir den wühl brauche ich zwei gut da haben wir den zweiten jetzt funktioniert das hier wieder nicht mehr nein das muss ich wieder beim anderen machen warum funktioniert das hier nicht das gleiche prinzip eigentlich oder ok dann laufen wir dahin und machen ihn da fertig dann müssen wir warten bis er da ist oder ich kriege vom enderman eine perle dann müssen wir mal abwarten wieso funktioniert das denn nicht ja mokra tourist turkei ok das ist scheiße das funktioniert nicht wir müssen tatsächlich schicken haben ok dann muss ich mal den kollegen anfragen was überhaupt mit hühnern los ist warum hier keine spawn weil normalerweise hätten doch welche spawnen müssen ich bin wer weiß wie lange abgelaufen nach hühnern eck so hier kann ich nichts machen hier ne ich hoffe dass jetzt da ein huhn raus kommt der auch eier licht leider nicht dumm gelaufen das was einzig sei was ich hatte so dann muss ich mir das erst mal hier reinlegen ja wir brauchen jetzt warte mal 16 k da welch mal anschreiben warum das nicht funktioniert warum ich keine hühner finde die wollen wir jetzt weiterbauen füllen wir ein 4k dann habe ich 16 k ich brauche 2 16 kam noch was ich brauche 1 kam so so hat er den klos so noch reingehauen naja ok da fehlt noch wird was wollte ich denn damit da brauche ich noch drei da kann ich ein mk da und da habe ich 16 kam und dann bräuchte das nochmal alles so dann sollten wir mal gucken wie voll ist er 17.000 ist nicht doll wir brauchen diamanten auch warum finde ich keine hühner das frage ich ihn mal weil das ist ja nicht schön weil ich brauche die federn die hühner auch zum kraften jetzt kann ich zwei neue lassen machen und das ist teuer das geht aber ich brauche mir 8 xp ne dann wollen wir xp ne das war eine neue lasso bauen na toll ich bin immer er hat hühner und die teile brauchen wir sind kraften ich habe keine fackeln mit was ist das denn doch hier guck mal wie weit wir kommen jetzt ob wir auch diamanten finden aber dafür tue ich gut da ist noch eine hier ist noch kohle ich bin immer noch mal diamanten wieder mit nur redstone ne der hat mir noch kein redstone gegeben immer rollt ja den habe ich auch getauscht mit dem papier und soll ich das mal machen da waren wir schon wir gehen gerade auf weiter da ist schon wieder leer so jetzt wollen wir mal gucken ob wir ein diamant zumindest haben hier nicht da nicht und hier auch nicht na toll keine diamanten also wie gesagt wir müssen jetzt erstmal auf 40 gehen und aufladen und dann dass wir unsere dinge weiter bauen können hier geht es hoch hier geht es hoch hier geht es hoch aber wir brauchen die kristalle jetzt für das lagersystem da haben wir fünf okay hm schmeißen wir oben weg können wir auch hier reinschmeißen das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir jetzt noch nicht das brauchen wir nicht die kohle kommt dort rein die andere werde ich mal wieder schmelzen und wir sollten schlafen aber schnellsten ich hoffe dass ich das schaffe im bett oh jetzt wird es hier zwei spinnen was macht der denn hier ja ich bin natürlich hier und das ist auch ein bisschen blöd jetzt ja dann machen wir mal die folge schluss für heute wie viel sind das von hier haben wir noch vier 4.000 sie hat es mir mal gesagt 505 spawnen weg ja was meinet da ja das war dann natürlich ein schluss im ofen mit dem angel ring weil wie ihr seht ich habe keine hühner gesehen aber das nützt ja nun nichts dann sag ich mal ciao bis morgen und nicht vergessen zu abonnieren kommentieren teilen liken und zuschauer fragen zu stellen bis dann euer jojo 1968 bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal.